Nach zwei Tagen Digital Touch lässt sich ein positives Gesamtfazit sehen. Wir haben 1500 Teilnehmer in der Veranstaltung begrüßen dürfen. Wir haben insgesamt 600 Kongressteilnehmer gehabt, ein extrem hochwertiger Kongress. Und zum ersten Mal gemeinsam stattgefunden die Veranstaltungen BeConnected und Wolken IP. Die Dinge entwickeln sich gemeinsam, die entwickeln sich synchron, sind in Abhängigkeiten voneinander. Deswegen ist unser Konzept aufgegangen, dass Technologie und Prozesse gemeinsam betrachtet werden müssen. Gemeinsam entschieden werden müssen. Und dazu gehört noch das Thema Innovationen, die wir im Rahmen des Digital Touch Kongresses aufbereitet haben. Wir haben den Anfang gemacht. Es war erfolgreich und wir werden die Veranstaltung weiterentwickeln. Wir haben mit der Veranstaltung ab side. Bis zum nächsten Mal. Wiearla und Remove steht, wenn die Veranstaltung dieses Netz? Wir haben vergrejet starten & huis zur Verfügung ber Ripestadel 살아jektiert. Wo animationien Windisch reduziert werden müssen. Mach& двух ich jeden Minuten diez Minuten klov Eat습니다. Und wenn die Veranstaltung ist, muss ich ein Gericht gucken. Wir habeninsein Lionspot wenn man dieUL Didd their Ecoeste von Man Pluto steht. Untertitelung des ZDF, 2020